Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das Bläden im Raum, Keiter, Jäger, Krebs oder Puckdorf. Das war ein Befeil! Der Angriff Steiner ist ein Befeil! Wer sind Sie? Das hier ist Magen! Sie wollen befeilig sein! Oh, meinst du das an und denkst? Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiteres ein Haufen! Nie das verrestliche Treue unter Feiglingen! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ist das Feindlinge? Verreicher, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang ist das Militärmöller-Aktion im Lumpen-Hingert! Es hat Militär nur als Wisspicken-Widerstand! Ich hab' ich weggelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahre alle Höheroffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch hab' ich allein, allein auf mich das Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt dem deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird ersaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Nein! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, und irfen Sie sich gewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Eher! 5 5 5 5 35 Das ist jetzt 9 5 2 Bis zum nächsten Mal.